Wir sind jetzt bei Rational, Einbauküchen und Frau Pfeiffer wird uns die Trends verraten, wo es ihrer Meinung nach hingeht in diesem Jahr. Frau Pfeiffer, Entschuldigung, jetzt vielleicht noch kurz eine Frage. Wir stehen eigentlich bewusst jetzt in dieser Küche hier mit diesen Kupferelementen und vielleicht können Sie uns sagen, bleibt Kupfer weiter im Trend und wo gehen die Trends hin. Jetzt bitte. Danke. Ja, Kupfer hat man ja bei den Accessoires schon gesehen in den letzten Jahren, auch im Schmuckbereich. Es wird immer stärker und stärker und jetzt hat es auch Einzug in die Küche gehalten und wir haben es hier mit den Griffen umgesetzt. Wir haben es mit der Nischenpaneele umgesetzt und gerade zu den super matt Fronten kommt es sehr schön zur Geltung und jetzt sind wir schon bei super matt Hochglanz. Merken wir hier ist bei uns, bei den Designküchen etwas rückläufig. Gerade das Trendige ist dieses super matt, diese ganz matten Fronten. Okay, das war eine tolle Antwort, weil das ist das, was uns auch sehr interessiert, jetzt hier gerade auf der Messe, weil Hochglanz hat sich ja jetzt viele Jahre lang gehalten, wie auch grifflose Küchen und ich entdecke hier wieder Griffe. Das heißt, wir neigen auch wieder eher oder kommen eher wieder zu Griffen. Ist das richtig? Ja, es gibt in den letzten Jahren verstärkt wieder sehr schöne Griffe und auch man merkt es hier spezielle Griffe mit einer rauen Oberfläche. Nicht nur kleine Griffe, sondern die auch wieder ganz speziell den Küchen ein besonderes Bild geben. Okay. Und von den Arbeitsplatten, wenn Sie uns das zu guter Letzt auch noch verraten würden, jetzt sehen wir hier auch eine ganz, ganz filigrane Slimline-Arbeitsplatte. Ist das weiterhin der Trend? Auf jeden Fall. Man merkt es auch in den Einrahmungen an der Seite, die Wangen. Es sind immer diese ganz schmalen Wangen-Arbeitsplatten. Das wird auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall der Trend bleiben. Okay, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für die Informationen. Weitere Fotos auch von Rational Einbau Küchen finden Sie auf Planungswelt und Küchenregional. Dankeschön. Vielen Dank.